Ich will euch was erzählen und da von meiner Kacke, die kann mich ziemlich quälen, denn sie hat eine Macke. Oft kommt sie einfach aus mir raus, es stinkt dann sehr im Haus, auch wenn ich es nie gerne zeig, es macht mir doch was aus. Jetzt geht es los, ich werde rot, ich geh ab jetzt aufs Klo, ich halte durch, ich schaffe das und bin darüber froh. Ich ging gern in die Schule, doch heute nimmer mehr, denn viele Kinder regeln, als ob ich anders wär. Sie greifen sich die Nase zu und sie hören ein Geschenk, die lassen sich alleine, stehen und lachen über mich. Jetzt geht es los, ich werde rot, ich geh ab jetzt aufs Klo, ich halte durch, ich schaffe das und bin darüber froh. Und geh ich regelmäßig aufs Klo und setz mich drauf und wenn ich einmal nicht muss, geb ich mich sofort auf. Denn das gehört ja auch dazu, dass sie nicht immer flutscht, doch ich, ich gebe keine Ruhe, damit die Kacke rutscht. Jetzt geht es los, ich werde rot, ich gehe ab jetzt aufs Klo, ich halte durch, ich schaffe das und bin darüber froh. Wenn ich es dann geschafft hab, bin ich ein Kackexperte, die bündlich zur Toilette weiß ganz genau die Werte. Ich putze mir dann den Kackexperte, die bündlich zur Toilette weiß ganz genau die Werte. Jetzt geht es los, ich gehe ab jetzt aufs Klo, ich halte durch, ich schaffe das und bin darüber froh.